ja hallo i tripzone beziehungsweise Siki herzlichen Glückwunsch zu 444 subs ich sehe gerade du hast 100 quatsch 467 subs jetzt und ja alles gute du hast uns aufgabe gestellt und zwar zeigten drei gegenstände die wir immer dabei haben ob wir jetzt irgendwie im wald sind oder halt ja je nachdem was wir dabei haben ja das ist eigentlich eine leichte aufgabe allerdings ja ja nein okay ich sag jetzt erstmal was ich mal dabei habe das ist dieses handy hier das ist und samsung auto handy mit taschenlampe da oben drin und ja es ist ja eigentlich immer dabei falls mal irgendwas ist wenn also dass man irgendwo erreichbar ist und ja falls was passiert dass man ein telefon dabei hat kann nicht schaden also das ist eigentlich immer dabei wie gesagt ist kein smartphone aber ich bin damit auch relativ zufrieden mit diesem telefonieren ist ein auto handy kann ins wasser fallen oder so passiert dem gar nichts und ist auch stoß gesichert gut das nächste ist gerade jetzt wo es kalt ist und so habe ich immer ein schemmack dabei halt immer um hals und ja bei dem wind und bei der kälte ist das mal cool man schützt ungemein kann man sich auch ein bisschen höher ziehen hat man schon fast über die ohren so auf jeden fall eine gute sache jetzt im november dezember halt im winter immer dabei also immer um hals auch ja das war das messer immer ein edc messer dabei in diesem fall endura 4 von spider co schön leicht rasiermesser scharf und man hat immer schnell griff bereit sollten ja drei sachen zeigen ja also das messer ist dabei und also messer wechselt ständig also mal habe ich das mal habe ich das manchmal habe ich dann noch das victorinox system dabei ist auch gut oder leider man weiß auch dabei meist in kombination lezerman und dann halt so ein folder weil die beiden zusammen da habe ich jetzt zu viele werkzeuge doppelt ja das ist so was man eigentlich immer dabei hat ja musik das ist immer immer so ne ja es wechselt ständig mal ist es metal dann es ist wieder metal quatsch metal also ich höre eigentlich sehr viele verschiedene sachen das ist dann auch mal funk jazz auch klein core und so ne sachen bis zum hip hop also im endeffekt eine menge und jetzt irgendwie eine band irgendwie josh wüsste ich jetzt wirklich nicht so ja hier zum beispiel hier das neue motor album höre ich gerade so groß ist okay okay ja dann weiter so aus ja ich sag mal auf 444 dann auf 500 600 und irgendwann die 1000 hat es okay das war meine v a für dich weit weiter so viel spaß noch und tschüss